Das Geheimnis des exquisiten Schmucks von Kronprinzessin Victoria ist endlich gelüftet und enthüllt eine Geschichte von verborgenen Schätzen und königlicher Eleganz über Generationen hinweg. Stellen Sie sich einen prächtigen Perlmuttstein vor, der vom Glanz von 20 funkelnden Diamanten umgeben ist. Fast ein Jahrhundert lang war dieses atemberaubende Schmuckstück in den Tiefen des königlichen Gewölbes verborgen, umhüllt von Geheimnissen und Intrigen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Bei den Vorbereitungen für das letzte Gala-Dinner im königlichen Palast machte Kronprinzessin Victoria unter der Anleitung ihrer vertrauten Hofstülistin Tina Turnquist eine überraschende Entdeckung. In den Tiefen des königlichen Schmuckkästchens entdeckten sie eine geheimnisvolle Brosche, die wieder einmal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Die Brosche, die Victorias Schulter schmückte, strahlte eine zeitlose und geheimnisvolle Aura aus und zog die Aufmerksamkeit aller auf sich, die sie sahen. Selbst der anerkannte Schmuckexperte Trond Noren Isaksen war über die Herkunft der Brosche verblüfft, als ihn die schaulustigen Mitfragen überhäuften. Auf der Grundlage historischer Informationen machte sich Isaksen auf die Suche, um das Geheimnis der Brosche zu lüften. Ein Foto von der Hochzeit von Prinzessin Ingrid und Kronprinz Frederik im Jahr 1935 lieferte einen wichtigen Hinweis. Prinzessin Sibylla trug die Brosche an diesem bedeutsamen Tag. Doch dann verlor sich die Spur, die Brosche wurde nicht unter den Schmuckstücken der Mutter des Königs erwähnt. Durch sorgfältige Recherchen in den Schmuckarchiven von Königin Viktoria fand Isaksen jedoch die Wahrheit heraus. Die Brosche befand sich tatsächlich unter den von ihrer Mutter geerbten Schätzen, und der leuchtend weiße Stein entpuppte sich als seltener Opal, ein Edelstein, der einer Königin würdig ist. Damit war das Geheimnis, das die Herzen jahrzehntelang gefesselt hatte, endlich gelüftet und der zeitlose Reiz des rätselhaften Schmucks von Kronprinzessin Viktoria offenbart. Wer sich für die Anziehungskraft königlichen Schmucks interessiert und der norwegischen Sprache mächtig ist, dem verspricht das Buch The Legacy of Ingrid Alexandra, The Royal Families Diadems and The Women Who Woresem, Bunyanorsk Vorlag 2023, des Trondhofexperten Lauren Isaksen weitere Einblicke in die majestätische Welt des königlichen Schmucks.